Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1800 Kampagnen Modus und... Ach alter, jetzt halt doch mal die Fresse hier. Nicht in der Anmod. Ah, es geht hier wirklich schon drunter drüber mit denen. Ja, das schlägt dann da ein, das ist kein Problem. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Inseln. Guck mal, was produziert sie hier? Ja, ein bisschen Lehm und keine Ahnung. Alles wird hier produziert, das ist einfach nur... Kommt dann... wird dann weggespissen. Allein, dass sie hier eine Bierproduktion hat, ne? Das ist auch merkwürdig. Naja, dann hier unten hat sie Paprika. Naja, wenn ich diese Insel bashe, ne? Dann ist ihre Paprika-Produktion schon wieder zum Erliegen gekommen, ne? Und hier hat sie Schweine und Schweine und Schweine. Oh. Okay. Ich will schon mal hier mal alles löschen, das ist gut. So, mit den Kursaren habe ich gerade kein Problem mehr. Und hier oben? Warum habt ihr keinen Anschluss zur Straße? Ach, der da wird da keine Straße, ja, das ist kacke. Na gut, weiß was, dann kommst du weg. Und dann wird hier noch ein bisschen was für die Kultur getan. So, welche Schiffe sind unter Beschuss? Keins mehr. Ah, das heißt, nimm da eine Salve abgegeben. Neue Befehle? Ach, guck mal, du kannst auch mal kurz drehen. Achtung, Admiral anwesend. Nimm mal eine Salve. Tschüss. Hier sind viele. Auf ihrer Hauptinsel hier, ne? Der Teufel fordert seinen Tribut. Es ist momentan nicht mehr so viel los. Das gefällt, ne? Boah, die hat eine Universität. Sie hat eine Universität? Ha! Ach so, warte mal, Universität ist für Handwerker. Ich habe nicht gesagt. So, der Teufel fordert seinen Tribut. Das Geiserschiff. Schiff entern. Na toll. Ihre Mannschaft trifft keine Schuld. Zeit, den sechs Tanten zu entstauben. Was? Ach so, das heißt, jetzt meine... Mein Archer, äh, mein Karatgeschifter, also die auf Explosion waren mit ein paar Ratendingen, die kommen zurück oder was? Und habe ich dadurch jetzt was verloren. Neue Befehle? Segel setzen. Das Schiff muss aber sinken. Achtung, Admiral anwesend. Er bildet eine Gruppe und parkt da dann wieder. Dankeschön. So. Ja, wir haben hier wieder einige Missionen, die wir erledigen könnten. Muss ich aber gerade nicht unbedingt machen. Ähm. Ja, und hier haben wir ein Bauernproblem. Warum laufen uns die Bauern weg? Weil wir keinen Schnaps mehr haben? Weil wir keine Kleidung mehr haben. Sehe ich das richtig? Wir haben keine Kleidung mehr. Das sehe ich richtig. Aber wo es geht, wenn er noch um, Brot geht... Es mangelt an Arbeitskraft. Mehr oder weniger nach oben. Und... Konserven werden tatsächlich produziert. Das ist jetzt nicht mehr so das große Problem. Ja, aber die Arbeitskleidung... Und der Schnaps. Mit meinem Schnaps kommt jetzt ein bisschen was nach. Aber die Arbeitskleidung fehlt. Und wir kriegen auch schon wieder ein Fischproblem. So. 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 so da dann müssen wir mal hinkriegen oder gucken dass wir aber das klauen fertig kriegen die waffen ruhe wurde beendet so Okay. Vielleicht kann ich das auch mal auf eine andere Insel auslagern. Weil Wolle kann ich ja eigentlich überall produzieren. Das ist jetzt nicht das Ding. Hier zum Beispiel habe ich genug Arbeitskleidung. Feuer wäre jetzt unterwegs, das ist gut. Weiß was. Bauen wir nochmal einen Schoner. Handelsroute. Du willst hier ein... Arbeitskleidung. Sorry. Arbeitskleidung einladen. Ausladen. Ich glaube, machen wir das mal richtig extrem. Annehmen. So wisst ihr was? Dann muss ich das nämlich gar nicht machen. Dann bin ich die Dinge wieder abgerissen. Und dann könnte ich hier zum Beispiel lieber nochmal irgendwie weitere Kartoffelfelder hinbauen oder so. Um die Schnapsproduktion zu öffnen. Ja. Fische. Habe ich jetzt eigentlich welche hingestellt? Ich gehe auf Nummer sicher. Alter, das Geld fehlt. Das Geld fehlt, Leute. Aber wir brauchen gerade mal... Ditchwater macht ein Plus. Hier machen wir... Northepping machen wir ein Minus. Nicht weniger als uns zusteht. Weil haben wir hier kein Bier? Wir haben hier ein Bierengpass. Wir brauchen hier mal Ziegelsteine. Habt ihr hier Ziegelsteine drüben? Jo, haben wir. Oder wir gehen da hin. Da geht das auch. Jetzt fehlt er auch wieder weg. Ja, ich glaube, das klappt soweit. Wie sieht es mit den Konserven aus? Wird das mehr? Ja. Doch, das wird mehr. Das ist gut. Lad mal ein paar Ziegel ein. Bringt die hier her? Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Neue Ziele. Schiff vom Stapel gelaufen. Schiff unter Beschuss. Oh, Leute. Ey, das wird gerade richtig brenzlig, ne? Euch geht es soweit gut. Euch geht es soweit gut. Ach, ich kann auch jemanden wirklich... Die Flammen wurden gelöscht. Warum nörgelt ihr rum? Euch fehlt... Och, scheiße, ey. Also hier machen wir eigentlich ein Plus. Hier machen wir Minus. Hier machen wir auch ein großes Minus sogar. Okay. Ich bin schmied, ne? Okay. 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 ich habe aber kurz alles holz was ich habe diese insel ich muss dieses verdammte minus unter kontrolle kriegen zwischendurch mal schnell die straßen ziehen das problem ist bauern zahlen nicht viel bauern zahlen überhaupt nicht viel leute es geht so richtig und minus ich will kein minus machen ich weiß die ziel hier von bord so liebe bauern was ist hier euer problem also warum macht ihr hier so ein minus mal vaping ja die kommen gerade wieder ein bisschen hoch aber sie nirgeln weil weil es fehlt irgendwas schnapps fehlt ja das kann ich verstehen brot ist schwierig momentan und auch hier ist sehr schwierig okay das heißt ich brauche hier noch eine melzerei ich brauche mal zwei weitere mals im rhein ich habe kein geld dafür das ist eine kacke hier haben wird angegriffen was ist denn jetzt los ihre insel bereit für den einsatz ok warum heute jetzt gerade ihre stadt hat sich verringert du es jetzt solange der mond auf den fluss herab scheint ich hasse es also sie geht gerade alles in die grüße ihre leute halten nicht mehr lange stand die dinge die wir lieben zerstören uns sie haben die kontrolle über eine insel verloren die insel eines konkurrenten hat einem angriff stand gehalten all die sagenhaften länder existieren wirklich volle segel jetzt bin ich ein bisschen sauer kleidung kommt wieder das gut wurst ja mit reine muss ich hier tatsächlich höher schrauben was ist das lassen sie uns das alte fernrohr ausfahren sorry die harten länger sind gerade irgendwie zu hart für mich ich kann keine raserei bei dir erkennen komm schon jetzt halt mehr plus tausend verfordert man diese inseln diese inseln macht immer noch so minus ja und warum macht die so minus es mangelt an arbeitskraft kommt zur schlacht war die insel eines konkurrenten wird belagert nochmals drüber schauen ich bin kein großer redner meine stimme klingt besser wenn man sie drückt wenn sie das für angebracht hat war das bei meiner zeitung diese zufriedenheit sie haben uns etwas voraus kein problem unser schriftsetzer bleibt so lange hier diese änderung ist eine fabelhaft war das jetzt schon zensur oder bloß klein geist so blau ist er der schneit er ist blau sie haben an einfluss gewonnen auf ihren befehl diese insel muss mehr zurück erobern das ist kacke alter das ist unser gutes recht das ist unser gutes recht das ist unser neues zwischenziel erreicht Schiff unter Beschuss Ihnen geht es hier gut die alte hier verträge die hört sich also die denkt dass sie im militärischen bereich immer noch deutlich besser Leute wir rapen jetzt bei Inseln Alter warum habe ich hier immer noch so mir geht der platz aus um Bauernhäuser zu bauen Spielstand gespeichert Schalte falls sich einige meiner Leute schlecht benehmen sollten seien sie nachsichtig so hat es die Krone ihnen leider vorgelegt kommt ihr Bauern zieht hier ein ich brauche wirklich noch mehr Bauern wir machen das beste aus unserem Leben die Insel eines Konkurrenten wird belagert oh sorry so und hier im Grunde importiert ihr jetzt richtig schön viel von der Arbeitskleidung hier hin hier geht die Arbeitskleidung hier nach oben gibt es noch irgendeine andere Kartoffelinsel keine Kartoffeln keine Kartoffeln keine Kartoffeln hier gibt es Kartoffeln Leute aber es ist ihre verdammte Hauptinsel ich glaube es ist zu hart ihre Hauptinsel anzugreifen das schaffe ich nicht Kartoffeln und wisst ihr was ich brauche noch Leute unten in der neuen Welt dann brauche ich Kartoffeln also ich brauche hier tatsächlich noch einmal ein Kartoffelnfeld wobei der Schnaps steigt aber die Kartoffeln sinken wird hier eingestellt dass du Bretter verkaufen sollst machen wir hier gar nichts damit so geht es hier aus mit dem Stab er geht nach oben Bier die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten jetzt sieht Weizen alter ihre Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen ach ich hasse euch es scheint die Festlichkeiten haben gerade begonnen Schiff unter Beschuss das unsichtbare Feuer brennt heiß in ihnen kriegen wir noch die Kontrolle kümmern wir mich drum das war nur ein Schatten das war nur ein Schatten das war alles nicht das war doch das war das war aber das war das war Neue Befehle? Achtung! Admiral anwesend! Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, den erwischt er noch. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. So, ich glaube noch eine Salve, dann ist das meine Insel, dann werden hier nur Kartoffeln eingebaut. Das ist eine Kartoffelinsel, sage ich euch. Was tot ist, kann nicht ein zweites Mal sterben. Achtung! Admiral anwesend! Ich werde nicht eher ruhen, bis sie wieder mein ist. Sie haben an Einfluss gewonnen. Tja, Madame, du hast dich ultimativ in dem Fall schon eingelegt. Reitere Boulevards lassen mehr Licht hin. Diese Insel hier unten werde ich auch vernichten. Einfluss verloren. Auch wenn ich an so einem blauen Inseln vorbeifahren muss, aber... Das kriegen wir hin. In die Takelage! Leute, Brot für die Welt. Steuermann! 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 Da kommt die mit dem Kleinkamonenboot, Alter! Achtung! Achtung! Hab Miral anwesend! ... hat einem Angriff standgehalten. volle segel was hat die denn hier alles gelagert sag mal muss ich demnächst handelsschiffe mitnehmen mehr als bereit hier muss ich eigentlich mal so ein atlantikwall gefühlt bauen diese insel sollte unannehmbar sein so wird sammeln wir uns wieder machen das gleich mit der nächsten insel genauso mal was brauche ich um siegel ein bisschen eisen auch ich würde mich sehr gerne mit ihr verbünden du hast völlig recht meine tante sollte sich besser ein beispiel an mir nehmen ja kann ich das glaube ich dass der dass der blau nicht platt machen könnte das glaube ich im außer wort wobei zu diesen militärischen dingern wird auch glaube ich viel dazu gezielt dass die cool bier ist hier voll ihre stadt ist attraktiver geworden sind unterwegs es kommt gleich alles wieder volle segel vors setzen schona steht bereit spielstand gespeichert so dann hier schon mal das brot hier ab steuermann kurz dann brauchen wir dann halt nicht sind unterwegs so machen wir hier glückliche steuerzahler hin was haben wir hier noch leben steinkohle leben könnten wir hier mit abbauen leben könnten wir dann auch nach oben transportieren einsatzbereit einsatzbereit ich brauche noch ein ich brauche noch mal zwei schoner ist sehr langsam unterwegs fährt bei gegenwind und ähm so hier haben wir angegriffen hier haben wir angegriffen mehr als bereit Ihre Insel wird angegriffen Das ist der Grund, warum ich hier direkt was hinbauen möchte an Verteidigungsanlagen Na gut Aber Leute, Kriegsmode activated Ach du Scheiße, was ist hier los Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert Ja, das denken die sich auch, Alter Also Wir haben leichte Probleme momentan Aber das ist nichts, was wir nicht nicht hingekriegen Ich kann schon nicht mehr reden Das ist nichts, was wir nicht mehr hinkriegen Alles wird von der Flut verschlungen Ach Hier ist halt doch nur neidisch Ausgerechnet so ein teures Gebäude So Fische läuft Kartoffeln Warum habe ich ja nicht eingestellt, dass das verkauft wird Hier das gleiche Und das auch nicht Was ich verkaufen kann Das hier Verkaufen Das kann gerne auch verkauft werden Genauso wie Fenster So Und Nebmaschinen von mir aus auch Aber das, was hier oben gerade los ist Kriegen wir maximal geregelt Null wie die Häuser besetzen und alles Ich sag ja Das ist nichts, was wir nicht hinkriegen Dementsprechend Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend Nachdem ihr euch hier eingesehen habt Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Kriegsschiff meldet sich zum Dienst Hallo Schiff vom Stapel gelaufen Schiff vom Stapel gelaufen Ja, also Bye Bis zum nächsten Mal